Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch die besten Siebträgermaschinen, welche es aktuell zu kaufen gibt. Also bleibt dran! Was gibt es besseres, als mit einer Tasse Espresso oder Cappuccino am Morgen die Lebensgeister zu wecken und mit neuer Energie in den Tag zu starten? Wer sich nicht mit Kaffee aus Kapseln begnügen will, sollte über die Anschaffung einer Siebträgermaschine nachdenken. Nur diese Maschinen liefern, richtig bedient, den vollen Espresso-Genuss. Nicht umsonst findet man in italienischen Bars und Kaffeehäusern auf der ganzen Welt ausschließlich Siebträgermaschinen. Die meisten Geräte bieten zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten, mit denen der italienische Kaffee-Klassiker perfektioniert werden kann. Insgesamt habe ich 5 Siebträgermaschinen hier miteinander im direkten Vergleich. Achtung Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Fangen wir an mit der Dedica Style EC685M von DeLonghi. Die Siebträgermaschine DeLonghi Dedica EC685M gehört zu den klassischen Modellen in diesem Segment. Die kompakte Siebträger-Kaffeemaschine bietet eine Vielfalt an Funktionen. An der Seite gibt es eine Milchaufschäumdüse für cremigen, luftigen Milchschaum, der aufgeschäumt wird. So lässt sich mit dem Gerät nicht nur Espresso zubereiten, sondern auch Kaffee-Crema, Mocca, Cappuccino, Milchkaffee und Latte Macchiato. Die Tasse steht auf einer abnehmbaren Tropfschale. Unter den Auslauf passen Tassen bis zu einer Höhe von 12 cm. Ein eindeutiger Pluspunkt im direkten Vergleich der Espresso-Maschinen ist der Multifunktions-Siebträger. Es besteht die Möglichkeit, den Espresso nach klassischer Tradition zuzubereiten oder die Siebträgermaschine mit ESE-Espresso-Pads zu betreiben. Die Maschine gibt es in vier Ausführungen und auf Wunsch mit einem Entkalker. Mein Fazit? Diese Siebträgermaschine hat mich absolut überzeugt. Sie hat ein modernes, schmales Design und passt somit perfekt in jede Küche. Der Kaffee schmeckt einwandfrei und beim Bedienen fühlt man sich wie eine richtige Barista. Mit überzeugenden 4,4 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass diese Siebträgermaschine von DeLonghi ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch die Siebträgermaschine von Beam vorstellen. Durchwachsene Eigenschaften erwarten dich bei der Beam-Siebträgermaschine inklusive Malwerk Espresso Grind Profession. In einem schweren Edelstahlgehäuse stecken zwei Heizkreise, sodass du Milchschaum und Kaffee zugleich zubereiten kannst. Diese sind innerhalb von rund einer Minute bereit zum Aufbrühen. Die Bedienung ist simpel und ist sofort verständlich. Der Siebträger lässt sich mühelos entnehmen und alle Elemente können einfach gereinigt werden. Der Espresso landet innerhalb von knapp 25 Sekunden in deiner Tasse. Fazit Diese Maschine ist selbst für Laien im Thema Kaffeezubereitung geeignet. Sie ist simpel zu bedienen und arbeitet blitzschnell. Die Maschine ist robust verarbeitet und ist dazu auch super einfach zu reinigen. Mit dieser Siebträgermaschine ist man auf der sicheren Seite. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als dritte und nächste Empfehlung dieser Reihe von Siebträgermaschinen möchte ich euch wärmstens die Appliances Barista Pro von Sage ans Herz legen. Eine gute Siebträgermaschine wie die Sage The Barista Pro Edelstahl gehört in jede Küche. Farblich zeigt sie sich in Silber. Die Maschine ist in der Lage Espresso Macchiato, Kaffeecreme, Cappuccino, Kaffee, Kakao, Espresso Lungo, heiße Milch und vieles mehr zuzubereiten. Die Kaffeemaschine bietet mit Display, Energiesparstufe, Milchaufschäumer, Vorbrühsystem und abnehmbarer Wassertank eine prima Auswahl an Funktionen. Beim Thema Sicherheit weiß die Maschine mit ihren Funktionen wie Betriebskontrollleuchte ebenso zu glänzen. Mit Drucktasten und Drehregler verspricht sie zudem eine unkomplizierte Bedienung. Hinsichtlich des Bildschirms hat man hier ein Digitaldisplay verbaut, welches eine gute Übersicht über die gewählten Funktionen bietet. Mit starken 4,6 von 5 Sternen sind sich alle Kunden und Bewertungsportale einig. Bei dieser Siebträgermaschine kann man absolut nichts falsch machen. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächstes möchte ich euch die Siebträgermaschine von Breville vorstellen. Du kannst mit dieser Siebträgermaschine neben Espresso ebenso Latte Macchiato, Cappuccino und andere Milchkaffeegetränke zubereiten. Das Bedienfeld der Maschine ist übersichtlich gestaltet. Du wählst zwischen der Zubereitung von einem oder zwei Getränken gleichzeitig. Die Wahl der Temperatur und der Bezugsmenge nimmt dir die Maschine auf Wunsch ab. Wahlweise kannst du die Durchflussmenge aber auch manuell regulieren. In die Breville integriert ist ein Mahlwerk, das dir beim Mahlgrad mit 30 möglichen Einstellungen viel Spielraum für individuelle Vorlieben lässt. Der geräumige Wassertank fasst sage und schreibe 2,8 Liter Wasser und ist damit für Großfamilien und WGs ebenso ausreichend wie für größere Bürobelegschaften. Mein Fazit? Diese Maschine finde ich persönlich einfach super. Man hat die Möglichkeit, sie individuell einzustellen oder sie selber den Kaffee machen zu lassen. Beides funktioniert super und ist für Kenner, aber auch Unerfahrene perfekt geeignet. Der große Wassertank ist ein großer Pluspunkt, da dieser das lästige Wasser auffüllen vermeidet. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Zu guter Letzt möchte ich euch die La Specialista Prestigio von DeLonghi vorstellen. Die Siebträgermaschine von DeLonghi präsentiert sich mit viel Chrom und dürfte die bewundernden Blicke vieler Kaffeeliebhaber auf sich ziehen. Die Kaffeebohnen werden vor dem Aufbrühen frisch gemahlen. Das Kaffeepulver soll dank einer speziellen Sensortechnologie immer in der richtigen Dosis und Körnung bereitgestellt werden. Während des Brühvorgangs wird die Brühtemperatur überprüft und konstant gehalten. Das Vorbrühen wird der Dichte des Kaffeepulvers angepasst. Der Wasserbehälter bietet mit 2,5 Liter ein großzügiges Volumen, wie es in größeren Familien oder Bürogemeinschaften geschätzt wird. Mit überzeugenden 4,1 von 5 Sternen ist es kein Wunder, dass diese Siebträgermaschine ein absoluter Bestseller ist. Alle weiteren Informationen und den aktuellen reduzierten Angebotspreis findest du natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt uns dies mit einem Daumen nach oben mit. Abonniert uns, damit ihr auch weitere Videos von uns erhaltet und aktiviert die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen.